Ich habe Pippi in die Hose gemacht. Das ist nicht schlimm, Spätzchen. Öffne jetzt die Tür. Hier ist es dunkel. Der Lichtschalter ist auf der rechten Seite direkt über deinem Kopf. Sekunden später schließt Romy ihren Sohn wieder in die Arme und küsst seine Wangen. Er lächelt gequält. Seine Jeans hat einen feuchten Kranz im Schritt. Ich habe Hunger. Gleich. Nein, jetzt. Romy angelt eine Taschenlampe aus ihrem Rucksack, schaltet sie ein, löscht das große Licht, durchquert den Kellerraum und führt Linus die steile Treppe hinauf. Sie vermeidet es, ihren Empfindungen nachzuspüren und instruiert sich, ihren Plan konsequent in die Tat umzusetzen. Die beiden gelangen in ein Flur. Links befindet sich die Garderobe, an der eine Strickjacke neben dem großen Regenschirm hängt, unter denen locker drei Leute passen. Es riecht nach Raumerfrischungsspray der Duftsorte exotischer Früchte. Romy verzieht das Gesicht. Manche Dinge ändern sich anscheinend nie. Hier stinkt's, bemerkt Linus. Musst du noch auf die Toilette? fragt Romy und deutet auf das Gäste-WC. Linus schüttelt den Kopf. Sie öffnet die Tür zur Küche und knipst das integrierte Licht in der Dunstabzugshaube an. Linus folgt ihr zögernd. Die Inneneinrichtung ist luxuriös. Eine Überraschung, die niemand hinter der unspektakulären Außenfassade vermutet. Rumis Magenstein meldet sich und wiegt jetzt einen Zentner. Allein der Anblick der Küche löst bei ihr Beklemmungen aus. Auch die bodentiefen Sprossenfenster mit Blick in den Garten. Der freistehende Küchenblock mit Quarzstein-Arbeitsplatte, das Induktionskochfeld und die runde Granitspüle. Unaufdringlich protzende Markenware. Natürlich fehlt weder eine Hightech-Kaffeemaschine, noch der in Augenhöhe angebrachte Backautomat mit TFT-Touch-Display, Klimagarenvorrichtung und integriertem Speisenthermometer. Erwartungsgemäß kann Romy kein Staubkörnchen entdecken. Die Einrichtung wirkt wie der Verkaufsraum einer Möbelhauskette. Linus lässt sich auf den Boden fallen. Er schafft es, die Sicherheitsnadeln zu lösen, zieht die Jacke aus, befördert einen Matchbox-Autor aus den Untiefen seiner Hosentasche und schiebt es über die sandfarbenen Bodenfliesen, die auch als Spritzschutz hinter der Spüle verbaut sind. Wegen ihrer empfindlichen Oberfläche wird die Küche allerdings kaum benutzt. Romy kaut auf ihrer Unterlippe. In diesem Haushalt schwört man auf Mikrowelle oder geht auswärts essen, vorzugsweise beim Italiener. Kann ich Pommes haben? fragt Linus. Romy legt ihr Handy auf den Tisch und öffnet den Multi-Airflow-Umluft-Kühlschrank. Blaues LED-Licht und bis auf ein Senfglas gähnende Leere. Dafür lagert in den Gefrierfächern eine ansehnliche Auswahl Mikrowellen-Menüs. Darf ich mich etwas umsehen? fragt Linus. Klar, aber bitte nichts anfassen. Romy sieht den Jungen die Treppe hinauflaufen. Hier ist ein riesiges Badezimmer mit Planschbecken, hört sie ihn begeistert rufen. Er meint wahrscheinlich die Whirlpool-Badewanne. Darf ich mich reinsetzen? Nein, schreit Romy. Komm wieder runter. Gleich.